Los geht's, hallo Leute! Willkommen bei einem neuen Video, ich halte mal ne Adventure mehr fit, Felix. Hallo, hallo, äh, nein, war mit. Es geht wieder gut, los, äh, ich hab kein Steak in der Hand, das, äh, das, das, das ist, das war ein bisschen Täuschung. Ja, wir hatten angefangen und er hatte Hunger. Wenn ein kleines Kind Hunger hat, dann soll man ihm was zu essen geben. Ja, es ist so. Sorry, dass lang kein Video mehr gekommen ist, ich hatte keine Lust, keine Zeit, beides, was anderes zu tun. Oh, ja. Oh, ja. Ja, das Video zu der Map kommt übrigens bald. Oh, ja. Oh, hier ist ein Steak. Oh, dann kommt das an den, das ist ein relativ kurzer Adventure Map. Steak des Todes. Ja, ich weiß, Felix, ich hab gut, ich hab gut, ganz ruhig. Ja. Das ist ein relativ kurzer Adventure Map, denke ich mir jedenfalls. Dann fangen wir gleich mal an. Muss ich auch auf Start Game drücken? Ich glaube. Ja. Hi. Level 1, der Wall. Da ist schon, ich weiß schon, wie das funktioniert, das hab ich eben schon mal gemacht. Oh, hier ist ein Ender-Perle. Oh, ich bin irgendwie über der Map. Oh, Felix. Yeah, ich hab mich gleich rausgepackt. Warte kurz. So. Äh, ja, egal. Ja, ne sehr gute Map, sehr gut konstruiert. Gar kein Fehler oder so. Ja, okay, mit Ender-Perlen kann man aber nie genau wissen. Ja, wirf deine Sachen einfach rein. Mit STRG und Q kannst du übrigens alles auf einem abwerfen. Oder auch einfach aus dem Inventar ziehen. Na, weil ich will. Ja, wir zwei, The Jump. Das hab ich noch nicht gemacht. Ach so, okay, ich bin den. Ich muss noch kurz gucken, wie das ist. Ich will die Pfeile. Wir brauchen mal ein paar Pfeile. Wöh. 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 Gib mir einen Pfeil. Ich kann das aber auch, ich kann auch Bogenschießen so. Ha! Okay, es hat nicht geklappt, wie ich sagte. Nein, äh. Ich hab das mal im Video gesehen, du musst quasi dich irgendwie selber mit dem Pfeil treffen, damit du quasi rüber gesteuert wirst. Ah, ja. Wir sind doch zu zweit, da kann ich dich doch auch einfach abschießen, oder nicht? Nein, das kann man auch seinen machen. Ja, aber da hab ich nichts zu tun. Du musst es ja auch machen. Ja, aber wenn du erstmal drüben bist, wie soll ich dann... Ach ja, ich kann leider runterhüpfen, stimmt ja. Nein, also du musst dich quasi, äh. Ach, da ist ja ein Bogen. Ich dachte, da wär nur ein Bogen drin gewesen. Ah, fast, fast, fast. Ich hab's fast hingekriegt. Vielleicht soll ich hier nicht ganz aufspannen, oder? Ah, fast. Du musst quasi im Flug, im richtigen Moment das machen. Ah, das war schlecht. Irgendwie. Nicht zu dämlich. Ah, das war ganz schlecht. Aber ganz, ganz. Ganz, ganz, ganz. Das war auch schlecht. Ganz, ganz, ganz. Ich überlege grad, ob ich das Video später so ein bisschen schneide, oder nicht, aber... Boah, bin ich doof, ich schieße immer, wenn ich schon auf dem Boden bin. Ah! Ja, das ist wirklich einfach. Wetten danach, ganz graben ist nachher voller Feile. Wetten, wir haben gleich keine mehr. Ah! Das war knapp, das war knapp. Nein, das ist der Bogart Infinity. Ah. Infinity. Kann ich die ja droppen. So. Wer die jetzt aufsammelt hat, gewonnen. Gewonnen. Ne, irgendwie brauch ich ja einen Pfeil. Gib mir mal ein. Das vergesse ich immer wieder, als ich mal mit Stefan eine Benchmitte aufgeräumt habe. Direkt da unten. Ach, das hatte ich deine. Boah! Na scheiße, ich schieße nicht auf uns selber. Das haben wir heute schon genug... Aua! Entschuldigung. Das haben wir heute schon genug gemacht. Ah ja, wir haben die neue Map ausgetestet. Hinweis, ZwinkerSmiley. Uh, ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Okay, ich nehme an, es ist eine Map, wo man ganz friedlich ist. Ja. Okay, warte mal, das war jetzt schon zu lang gezogen. Ich versuche das langsam mal so ein bisschen taktikmäßig zu machen. Hast du Doppelsprung? Ah, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Doppelsprung? Warte, ich will mal was ausprobieren, mach mal. Na, schade. Aua. Wollte ich dich auch noch hitten, vielleicht wärst du dann rübergekommen. Ich hab Night Vision, nice. Ja, ich auch. Okay, ich krieg's überhaupt nicht. Da muss ich definitiv ein bisschen was rausschneiden. Ich krieg's überhaupt nicht. Oh, ich hab's geschafft. Awww. Ey, ich schaff's noch mal wetten. Ich schaff's noch mal. Komm, ich schaff's noch mal. Wenn du's jetzt nicht mehr schaffst. Felix, du bist so ein Scheiß-Heater. Du bist so ein Scheiß-Heater. Ich hatte nicht mehr gesehen, dass ich die noch im Inventar hatte. Ich tu die eben in die Kiste. Hm, ich hab euch schon schön vor... Ich hab dein Inventagen gereinigt. Ja, aber ich brauch noch nen Bogen und nen Pfeil. Hier ist nen Pfeil. Gib, gib, gib. Ich hab's dir sogar wirklich erst geglaubt, dass du's geschafft hast. Wirklich? Ja. Ja, geschafft! Was? Warum tapp ich dich denn nicht? Okay, mir doch irgendwo her. No, ey. Ich mach's falsch, oder? Du hast noch 10 Versuche, danach teleportier ich dich. Nein, dann will ich mich selbst teleportieren mit Lenderperle. Ich hab ja noch einen Inventar. Hast du nicht. Doch, hab ich. Ich hab dein Inventar eben geleert. Ich hab mich so schnell, dass du's nicht sehen konntest. Creative Gesetz mir eine geholt. Ich hab mich so schnell, dass du's nicht sehen konntest. wieder Survival gesetzt. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Na egal, kein... BAM! Du ziehst den Bogen zu lange. Was? Du ziehst den Bogen zu lange. Oh ja, lol. Geht ja so. Wurde schonmal weg. Ich hab mal einen gesehen, der das quasi dreimal in einem Flug gemacht hat. Also pam, pam, pam. Neu. Hast du eigentlich noch diesen Sprachnachrichten-Bot, oder wie das was das ist? Nein, leider nicht. Vor allem Sprachnachrichten in nem Chat. Hehehehe, bist du witzig. Okay, soll ich dich jetzt rüber teleportieren? Ich weiß nicht mal ganz, ob ich den Befehl dafür könne. Ich hab doch, ich kenne Befehl noch. Okay, um sicher zu gehen, mach ich jetzt mal kurz... Warte. Doch, mehr hab ich nicht. Mehr hast du von mir nicht gegeben. Gut, fäter durch dein Items. Level 3, der Maze. Doch hier kann man nen Bogen und nen Pfeil gebrauchen. Ich hab's geschafft. Okay, das war halt so wirklich kein schweres. Ich bin heut auch treuen aus. So, jetzt ist wirklich alles weg. Gut. Level 4. Was ist das? Leather and Dawn. Leather ist ein Fan, äh, Leather findet irgendwas. Du ist im Weg gewesen. Jump'n'Run wahrscheinlich. Ihhh. Okay, die Doppel. Das, was ich mein. Ja, schon so ein bisschen. Hey, kann ich einfach... Döp, 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 döp. Ey, spring mir noch, ey, böp. Immer dieser Florian, ne? Ich sag ihm so. Weißt du? Ich sag ihm so. Spring nicht da rein. Und was macht er? Spring da rein. Hä? Was soll man davon halten? Sag mir Florian, was soll man davon halten? Ja, also, da hält man nicht unbedingt so viel. Ja. Denk ich nicht. Ich glaube, unsere guten Jump-Skills müssen wir auch rausschneiden, die sind so gut. Warte, warte, ich höre es aus. Nein. Soll man das denn schaffen? Bestimmt gibt's das irgendwas anderes, weil das ist ein Puzzle-Map, das kann nicht einfach nur Jump-It-One sein. Wir sind Noobs. Schau mal. Geht das? Nein. Warum sollte denn... Ich hab mal nix. Ich schreib mir noch, was das hier ist. Achso, nee, das war irgendwie so ein Level-Überspringen-Ding. Das man aber nur einmal einsetzen konnte, glaube ich. Und da soll irgendwie ein Button dran sein, ist es aber nicht. Ah. Okay, also von der Decke her kann man schon mal nicht springen. Warte. Jetzt schon. Nein. Jetzt bin ein Cheater, was Adventure-Maps angeht. Aber eigentlich steht da ja nicht, dass man keinen Block zerstören darf. Ja, schon auch wieder. Oh, Entschuldigung. Ich wollte den Block... Ha! Nein, wir machen den Block nicht kaputt. Wirklich. Was? Warum schenkst du mich? Lass mich jetzt bitte springen. Okay? Okay? Wir haben Skill. Ja, vor allen Dingen wir. Oh, jetzt hätte ich es fast geschafft. Ja, wirklich Leute. Also, wir müssen unsere Skills jetzt... Also, wir packen uns unsere Skills raus. Und das müssen wir leider rausstellen, weil unsere Skills zu groß sind. Also, bis gleich. Hm. Bin ich so fett? Ich kann mich hier durchdrücken. Ah. Es tut weh. Ja, leider. Ja, leider. Tadadaaaaaaa. Während der Aufnahme jetzt Luca. Denn Luca? Wir nehmen gerade auf. Okay, Leute, äh. Also, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Ich mach mal kurz das Instrumental her. Solche Skill-As. Ja, also wir haben unseren Skill, also durch den Skill ist die Aufnahme leider abgebrochen. Ja. Und dadurch konnte ich uns wieder sehen. Wie kann so viel Skill nicht verkraften? Ja, Limbo. Limbo. Alle tanzen Limbo. Alle tanzen Limbo. Alle, oh, oh, nein, 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 nein. Ah, nein. Ah, nein. Was war das? Ach so, okay, das ist... Das ist was tricky, man wird nämlich teleportiert. Ich darf nicht sterben. Okay, gehen wir mal in die Richtung. Ich brenne hier ewig weiter, ach so jetzt. Wie jetzt, aber man kommt hier nicht mal raus, oder was? Ja, man wird an manchen Stellen teleportiert, man muss das... Ich muss das quasi das Richtige finden. Ach so. Alle tanzen Limbo. Ich habe das Gefühl, dass wir es kaputt gemacht haben. Also jedenfalls bin ich gerade an der falschen Stelle. Warte, flüstert ihr zu, stopp. You're going the wrong way. Aber das kommt wahrscheinlich immer, oder? Ich glaube, bei mir ist es kaputt gegangen jetzt. Also ich werde nicht mehr an das Dienstechen teleportiert. Also ich werde nur an einer Stelle teleportieren, das ist ganz zum Schluss da hinten. Ja, das steht, stopp you going the wrong way. Du kannst dich dann umdrehen, glaube ich. Okay, wenn ich hier reingehe, werde ich nicht teleportiert. Oh ja, stimmt. Okay, ich habe das Problem gelöst. Oh oh. Ich habe es irgendwie, glaube ich, fast geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Okay, also ich werde nicht teleportiert, warum auch immer. Mein Umlog ist aus. Oh, meine Umlog. Okay, äh. Alter, ich sammle das immer wieder ein. Was ist denn das? Ja, dann, sonst porten wir dich einfach zu mir. Ah, okay, jetzt wurde ich teleportiert. Äh. Okay, die Map ist anscheinend nicht ganz fertig. Ah, ja. Ich teleportiere mich. Jo. Okay, was ist das Nächste? Ähm, The War Mark II. Ah, nicht schon wieder. Ah, ich kann das mal. Ja, baut du mal. Warte, ich mache dich kurz wieder in Survival-Modus. Yay. Der hat mir den nämlich entzogen, weil ich eine scheiß Leiter abgebaut habe. Ja, genau deswegen. Okay, dieser Block hier, oder dieser, warte mal, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es ging, aber... Willst du dich durch die Wand packen? Ja, ich muss nur kurz überlegen, wie das gehen kann. Aber wir haben nur eine Lore. Tschüss. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Map es nur für einen konzipiert. Nein, ist er wirklich nicht. Aber wie soll ich dann da rauskommen jetzt? Äh, kannst du... Ja, ich bin gerade so ein bisschen in der Wand. Ja. Oh. Wo ist jetzt die Lore? Ähm, alles okay, wir setzen jetzt wieder unseren Skills ein. Okay, also, unsere Skills haben uns weitergebracht. Ja, seht ihr, so, wir fahren hier so her, ne? Ich sag's so, Florian, nee, Florian, das klappt nicht. Und er so, doch, doch, das klappt. Fährt das so her, ne? Fährt das so her, so. Nö, nö, nö. Und dann, bam, die Wand ist einfach weg. Bam. Ja, die war dann einfach weg. Die war einfach weg. Das ist unglaublich. Äh, Level 4, 7. The Questions. Oh yeah, das ist bestimmt irgendwelche Fragen. What is the second letter of level 5's name? Oh, das war... Was war denn Level 5? What is the second letter of level 5's name? Das ist jetzt Level 7, glaube ich, ne? Warte, was war das Level 5 dann? Äh, ich glaube Limbo, also I. Ja. Ja. What is the first letter, äh, the fifth, fifth, ja, fifth. Letter of the two, two, level 2, level 2, level 2, was war das? Level 2 war, äh, das Jumping Puzzle nicht. Doch. Level 2 war das mit dem Pfeil und Bogen. Ja, stimmt. Fertlatter, also Fünfte. Wie hieß das denn? Wie hieß das? Äh, Jump oder sowas. Äh, ja, dann hat's aber nur vier. Nein, das war richtig, ja, das war richtig. Nee, das war nicht richtig. Fahrschwa. Du Fahrarsch. Fahr, du kannst dich nicht selber. Yay. Ich hab übrigens mal nachbockt, die Adventure mit Gipsen war nicht. Level 8, du Scheiße. Ich werd zurückgebackt, ich werd zurückgebackt, ich kann nicht mehr gehen. Und hier müssen wir jetzt, das, 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 so. Wie? Wie? Ah, mach mir doch, lass, lass, lass. Ah, so. Wie zur Hölle soll man das, wie? Und jetzt, ah, es klappt, 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 es klappt. Geh da unten auf die Druckplatte, einer muss sich opfern, einer muss sich opfern. Ah, du hast dich erschlagen. Viel Schade. Hier, Goldnuggets, Pfeile, Pain in the, Soces. Okay, wir müssen kurz unseren Skill einsetzen, um die Kürze zu öffnen. Yo. Da sind wir. Ja, bist du so. Also, unsere Skills haben uns wieder vorangebracht. Ja, genau, wir gehen da so her, ne? Gucken sie uns an, oh, da sind Zombies und so, ne? Oh, ich werd hier abgeworfen. Aber das Level war ein bisschen unfair, das muss man auch mal sagen. Wir gehen so her, auf einmal der Zombie so, der Zombie verneigt sich vor uns so, machten so'n Niefall so, ne? Und schenkt uns einfach so'n Schalter, ne? Oh, ich hab auch nen Hebel im Inventar. Ja, den hast du da eingesammelt, also den hat, den hat er mir geschenkt und ich hab den grad hingelegt quasi. Also der hat mir eigentlich zwei gegeben, weil der ein bisschen gleich graviert war. Ja, und der Zombie verneigt sich so und gibt uns beiden so'n Hebel, ne? Boah, ey, die sind so voll nett, die Dinger. Warum töten wir die immer? Das ist immer das. Tippig, die Dinger. Das ist das vorletzte Level jetzt. Ich muss vorgehen, sonst seh ich die ganze Zeit einen Arsch. Oh, äh, ja, wir sind wieder beim Spawning. Ja, das wird aber jetzt ein anderes, ein anderer Raum sein. Ich hab nicht gesehen, dass du nach unten teleportiert wurdest. Hm, klick mal nochmal auf der Start. All ready in game. Dann klettern wir hier mal hoch. Oh, ist ja wirklich... Nicht zu fass. Ein Plot Twist, ein Plot Twist. Ein was? Ein richtiger Plot Twist ist das hier. Ihhh. Ein Plot Fist. Twist. Oh, mein Gott. Man kann hier ja hoch. Wer hätte das gedacht? Boah, ich krieg diese Fisten, dieses Fisten der Blöcke einfach nicht hin. Ich find's einfach so ekelhaft. Einfach Blöcke zu fisten. Wer macht denn sowas? Oh, was war noch mal der Effekt für Sättigung? Weißt du das so? Weiße. Sättigung? Ja, das Gegenteil von uns gibt's auch noch. Äh, keine Ahnung. Level 10, the end. This is the end. Ach, war so klar. Wir leben noch. Nein! Ich bin so dämlich, ne? War, ich bin so dämlich, ne? Oh, ich hab Gas-Tränen. Wart, ich komm auch noch. Jetzt ist mal ein KKKK. Na, 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 na. Kommt jetzt noch das obligatorische Weltzerstörn. Ich find's irgendwie zu tief. Ich bin grad irgendwie kelt so klein. Nein, das bin ich gar nicht gewohnt von mir. Ah, okay. Mein Minecraft hat das Voll-Skills. Kommt jetzt das obligatorische Wettbewerb? Hey Leute, mein Kopf guckt aus der Minecraft. Oh ja. Ja, das kommt jetzt. Ja, wir nutzen unsere Skills. Um TNT und Feuerzeuge zu beschwören. Nein, also die kommen automatisch zu uns. Um zu beschwören, die dann extra. Wie würdest du die Map so bewerken, Felix? Ach, ja komm, wir machen hier Zombie-like. Voll von Zombie abgeguckt, die bewerben. Generell, das ist doch völlig egal. Wer hat inspiriert überhaupt, ich guck mir den nicht an. Oder doch, hab ich schon mal. Ich guck mir den nicht an, ey. Ich guck mir sowas nicht an. Nein Leute, ich hab nichts gegen andere YouTuber. Außer gegen mich hat er was. Ja, das fehlt sich einfach nicht mehr. Ey, ich wollte, warte. Ich fand die Map jetzt nicht so gut. Ja, wir mussten ja ein paar mal unsere Skills einsetzen. Von daher würde ich sagen... Ja, vielleicht ist die Map jetzt einfach nicht fertig geworden. Ja, wie bewertest du die Map denn in Schulnoten? Oder eben von 1 bis 10. Da kann ich meine Meinungen nicht wirklich ausdrücken, irgendwie. Also, ich sag mal von 1 bis 100. Von 1 bis 100 würde ich der Map... Äh, nein, glaube ich nicht. Jedenfalls keinen nicht. Ich guck ja auch nicht alle. Nur fast alle. Ähm, von 1 bis 100... ... und sagen vielleicht... Von 1 bis 100... ... 63. Ja, ich so... ... um die 50, 50, 53. also da kam ein paar command block aber da war vielleicht nicht so was ja aber die welt die ist schön mit hier aber war ganz gut gestalten so jetzt nicht mehr aber es war jetzt nicht mehr aber ich mache meine seine seine sehr fiese bewertung immer weißt du was woran mich diese welt irgendwie erinnert vom reinen aussehen her und von den blöcken die hier vorhin von ein bisschen wo ein hinweis ein hin scheiß ein hin scheiß ja fähig wo bist du warte ich habe hier ender perl ich teleportiere mich noch ein bisschen hat es geht nur um ich habe noch ein bisschen weiter in die luft ja ich komme jetzt zu dir dann würde ich sagen kannst du die verabschiedung machen oder ich bin hier irgendwo unten ja so ich sehe dich warte mal das frage ich mich aber ich gesagt auch gerade wenn du das genießt hast ja Luca wir sind noch nicht fertig das ist ja Luca übrigens Prozent zbikäuer beim absolut perfekt die健ko okay Leute das war meine Selle Runde mit einer sehr gespielte runde Mai kurz screwdriver die Mäste seinerzeit was konnte man auf dem einen fast danach Prozent hast du um nicht Mother Nörg st war sicherlich er hat er leute dann wird drücken bei war